Jo moin Leute, herzlich willkommen zur Bonus-Produktion, zur Woche 7 der European League of Football, Season 2023, Fui, Saison 2023, los geht's. Welches Team erzielt in Woche 7 die meisten Punkte? Es sind die Düsseldorf-Rheinfeier, herzlich willkommen. Und welches Team erzielt in Woche 7 die wenigsten Punkte? Milano-Ziemen. So, das war's von den Bonus-Predictions der Woche 7 der European League of Football, Season 2023, Saison 2023. So, wenn dir heute das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, vergesst kein Abo, dann nimmst das Blöckchen, das nicht vergessen, zaktivieren, dann verpasst dir gar keine Benachrichtigungen auf diesem Channel und bis tenner, gut, bis tenner, ciao.